Die Endstation der Heimatlosen liegt in Kreuzberg. Im vergangenen Winter haben Flüchtlinge die ehemalige Schule mit einer Gruppe von Aktivisten besetzt. Sister Mimi ist eine von ihnen. Vor 15 Jahren kam sie selber aus Kenia. Jetzt versucht sie, den Vertriebenen aus der dritten Welt zu helfen. Auch wenn die erste Welt der Zeit nicht mehr zu bieten hat als ein paar Matratzenlager. Und wer schläft hier? Nachts ist, hier weiß man nicht. Egal wer kommt, kann sich Platz suchen. Alle Matratzen sind besetzt. Die meisten kamen übers Mittelmeer. Viele sind mit in Boot gewesen und ein paar Leute haben die verloren auf dem Weg. Und viele sitzen immer noch mit diesem Traum. So auch der 19-jährige Darlington aus Nigeria. Vor zwei Jahren floh er vor der Gewalt islamistischer Terroristen. Heute kämpft er gegen die Einsamkeit im deutschen Rechtsstaat. Ich bin völlig allein in dieser Welt. Keine Familie, keine Freunde. Mit wem soll ich weinen? Ich bin doch nur gekommen, um in Sicherheit zu sein. Ich kann nicht mehr zurück nach Hause. Ich weiß nicht, was mit meiner Familie passiert ist. Wie soll ich so überleben? Weil die Bewohner keinen Asylstatus haben, dürfen sie nicht arbeiten. 200 sollen es mittlerweile sein. Seit Montag gibt es für alle eine Dusche. Installiert vom Diakonischen Werk. Auch Kinder leben hier. Ob sie zur Schule gehen, wird von keiner Behörde geprüft. Wir nehmen an, dass der CDU-Senator für Soziales für die Menschen zuständig ist. Doch telefonisch wird uns erklärt, das von den Grünen geführte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sei verantwortlich. Hier sieht man das anders. Da sind wir dann zuständig, was das Gebäude angeht. Was die Flüchtlinge angeht, ist das Sache des Innensenators. Das kann er nicht einfach auf die Bezirke schieben. Der CDU-Innensenator Frank Henkel möchte sich offiziell nicht dazu äußern. Wir fragen ihn trotzdem. Finden ihn auf einer Wahlkampfveranstaltung. Zuständigkeit auch hier? Fehlanzeige. Da gibt es nach dem allgemeinen Zuständigkeitsgesetz ganz klare Regelungen in der Abfolge. Und zunächst einmal ist der Bezirk am Zug. Und ich hoffe sehr, dass der Bezirk und allen voran die Bezirksbürgermeisterin ihrer Verantwortung gerecht wird. Ob nun das Rathaus verantwortlich ist, ließ sich nicht klären. Die Bezirksbürgermeisterin hatte keine Zeit. Im Umgang mit Flüchtlingen stößt das multikulturelle Berlin an seine Grenzen. Ein Umstand, den andere nutzen. Inzwischen wohnen nicht nur Flüchtlinge im Haus. Hier sind wir bei den Römer und Sinti. Wir sind oft tagsüber unterwegs, um zu betteln oder zu schnobeln oder zu scheibepitzen. Besuch von staatlicher Seite gab es schon. In Form von Razzien. Das war Polizeiarbeit. Der liebevolle Polizei. So gehen die mit uns um. Tja, das hat keine Flüchtlinge dadurch gebissen oder so. Und es ist geschlossen, muss man auch respektieren. Da schlafen die paar Familien. Wenn man durch die Kamera sieht, kannst du die Fahrräder von Kindern sehen. Da sind auch ein paar Kinder. Also überall. Vor dem Haus wachsen die Abfallberge. Eine geregelte Müllabfuhr ist nicht vorgesehen. Dann kommt die Fliege und dann heißt es, hier stinkt. Dabei sind die Menschen gar nicht schuld daran. Das heißt halt, dass wir keine Möglichkeit haben. Wenn wir den Pappkarton hier Tonnen haben, die Leute würden das zusammenfalten und machen wir mit Müllsortierung. Das Bezirksamt lieferte ein paar Mülltonnen. Den Rest sollen die Bewohner selbst erledigen. Das Objekt ist besetzt worden. Und wenn jemand ein Haus für sich in Beschlag nimmt, also könnte man sagen, muss er sich auch drum kümmern. Die jüngste Idee des Bezirks? Aus der Schule soll ein sogenanntes Projektehaus werden. Dafür müssten die Leute allerdings ausziehen. Nur wohin, weiß niemand.